Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Dead or Life 3. So, dann werde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Diesmal werde ich den Story-Modus mit... ...en Jundie spielen, der ist ein Rauschmeißer. Dann mal schauen. Ja, das passt doch wunderbar. Für einen Rauschmeißer. Mit Fliege. Und schicken Anzug. Okay, als erstes gegen Tina. Okay. Ah, da hat sie mich doch noch gepackt. So. Auf dem Boden. Hayabusa als nächstes. Okay. Irgendwo eine Klonanlage. So, das war's auch mit Hayabusa. Oh, okay. Okay. So. Okay. Okay. So. So. Okay. Wie ein bisschen Immun macht halt. Okay. Oh, okay. Die macht doch wohl ernst. Die hat echt ernst gemacht. Gut. Dann nochmal. Da habe ich die gute Hitomi überschätzt. Ah, Konterwurf. Ah, der hat ziemlich ausgekontert. Okay. Get out. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So, weiter geht's. Nochmal. Get ready. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. So, Helena. Oh, you she got her. Oh. So, herend. So komm mal her Ah komm schon, geht doch Mit der Fußspitze noch erwischt Es ist der Wunschluss Guck mal, ich bin der Welt Das ist der Wunschluss Was ich? So? Ah, komm. Ah, geht doch. Ich bin auch relativ süß. Okay. Oh, mein Gott. Ah, komm. Ich wollte mich drucken. Ah, verdammt. Ah, das hat sie mich drucken. Ah, ich komme jetzt irgendwie an den Schlag. Ah, komm. 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 Ah, komm.